Ja, Hallöchen erstmal, willkommen zurück hier zu einem neuen Vlog, Vlog, Vlog. Diese Woche ganz schön viele Vlogs, und auch in der letzten Woche. Und zwar möchte ich mich einmal nur kurz zurückmelden, und zwar, mir geht es noch nicht besonders gut. Ihr seht es, ich habe auch noch eine ganz rote Naht. Ja, Twitch-Account mittlerweile weiß ich auch den Grund, und mittlerweile hat sich auch schon viel getan, also wieder vor einem Tag jetzt. Ich hatte mich da sehr viel befasst mit, und auch sehr, sehr viel mich darum gekümmert, weil es mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar hat Twitch, ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe es gar nicht mitbekommen, und deswegen anscheinend, es lag auch daran. Denn Twitch hat komplett die Playroom-Streams, also jedes Mal, wenn einer einen Playroom-Stream angirft und auf Twitch, wird er sofort gebannt. Weil die möchten nicht das Playroom, weil Playroom ist kein Gaming-Content, haben die mir geschrieben. Und deswegen wurde ich gebannt, weil ich am Wochenende ja Playroom gestreamt habe. Woher soll ich denn als Otto-Normalforfer das wissen? Ja, das weiß doch kein Mensch, und außerdem ist es ja meine Sache, das ist ja ein Spiel. Ich hätte ja sagen, hm, ich probiere jetzt die Playroom-App aus, mit den Lichtern und alles, die neue, um mal zu gucken und streamen das mal bei Twitch. Hm, zack, bist du gebannt. Und, naja, gut, ähm, der Stream ist auch wieder freigeschaltet, also mein Channel gibt es wieder, ist wieder aktiv, ist wieder alles da. Ich hatte mich auch nochmal hundertmal entschuldigt bei denen, und, äh, sie haben mir auch geschrieben, dass es bitte nicht nochmal vorkommt, ansonsten wird er komplett gelöscht, der Account. Ähm, habe ich von vornherein gesagt, wird auch nicht mehr vorkommen, wusste ich nicht, habe ich geschrieben, und waren aber ganz nett und haben dann auch gesagt, ja, ist ja kein, ist ja kein Thema, ne. Nur bitte halt immer Gaming-Content, äh, Stream. Dann habe ich dann gesagt, ja, auf jeden Fall, also mache ich ja sowieso immer. Gut, soviel zum Thema, äh, dem Channel, der ist wieder, wie gesagt, freigeschaltet, ihr könnt da wieder draufgehen, wenn ihr möchtet und euch ein paar Sachen angucken. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob ich bis Freitag schaffe, wieder fit zu werden, ich muss mal gucken. Äh, ansonsten, äh, muss mal gucken, bleibt uns nichts anderes als wie YouTube. Äh, achso, mir ist aufgefallen, ähm, ich hatte ja angekündigt, dass auf YouTube ein Livestream, der ist auch leider ausgefallen, weil es mir nicht so besonders ging. Ja, also nicht wundern, dass der nicht, äh, erschienen ist, den werde ich aber irgendwann, werde ich den mal nachholen, den, den Livestream auf YouTube, und, äh, dann werden wir da mal ein wenig Spaß mit haben. Jetzt wünsche ich mir erstmal, ja, viel Spaß bei dem, was ihr macht, und wir sehen uns dann mit demnächst wieder. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss.